Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MyTimeAtPorsche und auch herzlich willkommen zurück zu Woher G-Nimmt-Folgen ab jetzt anscheinend immer. Tag ist aktuell auf. Das ist alles wohl nicht geplant, aber ich komme zur Zeit einfach zu nix. Das ist schlimm. So, was muss ich denn hier noch abgeben? Federn. Ach ja, stimmt, da war ja was. Nein, 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 nein. Status überprüfen. Einen Tag noch, okay. Kriegen wir hin, aufsammeln. Ich habe ganz viele Bronzebarren. Für was habe ich die Bronzebarren gemacht? Weiß jetzt nochmal irgendjemand. Tätisch, also Tätisch kann ich nicht machen. Habe ich hier irgendwas? Ich war beim letzten Mal, beim letzten Mal war ich so hyped und meinte, Ja, das machen wir beim nächsten Mal, das machen wir beim nächsten Mal. Ach ja, stimmt, Nägel. Meine Güte, ich brauche Nägel. Das ist eine Kisse. Ich brauche Nägel, damit ich mir ein besseres Schwert machen kann, damit ich eventuell die anderen da besiegen kann. Damit ich in die Höhle kann. Weil ich glaube, bevor ich die nicht besiegt habe, kann ich nicht in die Höhle rein. Und bevor ich nicht in die Höhle rein kann, kriege ich keine Federn. Und ich brauche Federn. Das ist wichtig für mich persönlich. Und ich glaube, es waren fünf, oder Stacheln, Nägel, Stacheln, irgendwie sowas. Spitze Dinge, die pieken. Ach halt, da sind sie ja. Hallo, Sie Igel. Und da bin ich selber wieder raus. Oh, wie er liegt. Oh Gott. Es tut mir leid, Sie Igel. Da kriege ich Stacheln. Aber ich will, ich will nicht die, die Krabben antitschen. Die Krabben sehen so unnötig gefährlich aus. Jetzt würde ich mich nicht mit ihnen anlegen wollen. Ja, deswegen greife ich erst mal eine an. Ja, genau. Was ist das denn? Ich drücke mal einmal zu viel, aber ich weiß nicht, wann das letzte ist, deswegen... Ach, ich habe beide getötet. Okay, nein, mal hin. Oh, ich habe Goldes gefunden. Die Musik erinnert... Oh, da hinten ist eine... Aber da komme ich nicht hin, ne? Die Musik hatte gerade ein bisschen was von Final Fantasy. Keine Ahnung, wie viele Stacheln ich schon habe. Äh, wie viele Stacheln... Wie viele Stacheln habe ich? Hallo? Da, ne, da nicht. Hä? Was habe ich doch gerade gedrückt? Sieben. Müsste reichen. Damit wir unseren Übungsschwert mit Stacheln machen können. Und dann schauen wir doch mal, ob wir gegen die antreten können. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil die irgendwie viel zu overpowered sind. Für den aktuellen Level, den ich habe. Und dann juckt die Nase. Das ist unfassbar. Äh. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht ist auch einer von denen schwächer als der andere. Was ich jetzt nicht glaube. Aber gut. Es ist ein Versuch wert. Tap, 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 tap. Was haben wir denn hier? Kräuter und eine Raupe. Bist du kacke? Du bist kacke. Oh nein, ich habe nicht genug Platz im Inventar. Wie ärgerlich. So, Lüppi. Fertigen. Da, Stachel. Bewertes Übungsschwert. Arbeitstisch bei A und G Bau verbessern. Ich kann Arbeitstisch verbessern. Wo ist A und G Bau? Da, A und G Construction. Ist auch schön, dass die Deutsche übersetzt. Hallo, Kuckuck. Im Englischen ist sie Construction. Und im Deutschen einfach Bau. Das ist toll. Aber der ist ja gar nicht da. Katalog der A und G Bau. Bin ich da richtig? Ah. Verbessern. Lol. Ich brauche Holzbretter. 20 Stück. Nicht genug Golds. Und Golds brauche ich. Oh mein Gott. Wolle nicht bewegen. Okay, was brauche ich dafür? 20 Holzbretter. 5 alte Teile. Und 2000 Golds. Ich glaube, ich habe sogar 5 alte Teile. Kann das sein? Ich habe halt nur jetzt 2 dabei. Und 20 Holzbretter sollten eigentlich auch relativ fix zu machen sein. Das einzige, was hat länger dauert, sind die Golds. Aber da könnte ich eigentlich gucken, ob ich jetzt noch einen Auftrag kriege. Nee, ich dachte gerade der Bär in der Kiste. Wir haben keine... Was ist das denn? Um teils zu nehmen muss die Werkstätte rangehen nicht auf C oder höher sein. Aber wir haben keine Handels... Ach, wir sind am Wochenende. Das ist ja blöd. Na gut. Keine Golds für mich. Weil ich Sachen verkaufen könnte. Könnte ich angeln oder so. Irgendwas lässt sich schon finden. Mein Weizen wird eh morgen fertig. Ach nee, dafür brauche ich Salz. Was ich wieder nicht habe. Aber ich kann schon mal Bretter... Holzbretter. 10 Stück. Achso, nee. Abbrechen. Ähm. Da öffnen. Relikte. Da... Ja, oh lol. Ich habe 14 alte Teile. Brillenglas. Der Energiestein. Die CD. Was kommt noch da rein? Das da, das da. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Kleine Uhr. Oh lol. Die kann ich... Sagt mal. Die kann ich hinhängen. Nein, 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 nein. So, so. Ich hänge die in mein Haus. Absitzen. Yay, ich habe eine Uhr. Keine Ahnung, was die bringt. Da stand nur, ich kann so zusätzliche Attribute freischalten. Aber welche genau? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass es tickt. Das ist jetzt das Tolle daran. Ähm. Warum habe ich denn auf einmal nur noch... Achso. Deswegen habe ich nur noch zwei Stacheln, weil ich das gerade vorhin verbessert habe. Ja. Smart G. So, so. Mehr kriege ich da nicht rein, ne? Belegte Rohstoffe. Erde. Ich habe viel zu viele Sachen. Ja, nee. Viel zu viele Sachen und viel zu wenig Kisten. Aber ich wollte jetzt theoretisch... Aber wir brauchen wahrscheinlich... ... noch viel, viel stärkere Waffen dafür. Aber sie steht da gerade da drüben. Beziehungsweise... Noch eins weiter. Oder? Ach, hier. Sam! Hi! Trainieren. Diese Schwester ist bereit. Ach, ich habe gar keinen... Ach, ich habe gar keinen... Hm. Ich bin auch vielleicht vom Level noch ein bisschen zu niedrig. Das ist aber nur so ein Tipp. Äh, weil die ist 27. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen aufsteigen an Level. Habe ich nicht eigentlich irgendwo... Falsch. Habe ich nicht eigentlich irgendwo... Charakter? Ich muss den... Das da erhöhen. Okay, das heißt... Ich muss Erfahrung sammeln. Dann bin ich... Level. Wie spät ist haben wir denn? 15 Uhr. Wir können doch mal in die... Wir können doch mal in die Mine gehen. Weil ich baue... Ja gut, die Federn kriege ich dann nicht. Aber ich glaube, ich kriege einen Haufen Erfahrung. Und bevor ich jetzt... Äh... Doof irgendwo einfach nur Bäume fälle... Machen wir doch da mal was... Äh... Sinnvolles. Was uns auch was bringt. Weil wir da Sachen von kriegen. So, ich gehe mal hier rein. Ähm... In welche Richtung? Oh Gott, da ganz unten. Äh... Die zwei brauche ich. Und dann... So. Dürfte ich bitte runter? Danke. So, was haben wir denn hier? Was kriegen wir denn da? Energie, Stein, alte Teile, Disk. Hier unten müssten jetzt eigentlich noch mehr Sachen sein. Weil wir relativ weit unten sind. Da ist wieder Stein. Kleiner Motor. Okay. Was haben wir denn noch hier? Da hinten? Okay. Da hinten war das einzige, das wir doch haben. Äh... 70... Oh. Ist aber weit weg. Kommen wir jetzt dann so vor, als hätten wir schon fast alles... Irgendwie... Ausgebuddelt. Da haben wir so gefühlt, das ganze Ding unterkellert. Yay. Wieder Energiesteine. Das ist gut, wenn wir die kriegen. Energiesteine sind gut. Okay, da ist noch was. Wir bleiben mal auf unserer Strecke geradeaus nach vorne. Zack. Das ist auch schön, wenn wir uns hier an der Wand so am Ende der Map so entlanghangeln. Kalopieren das Pferd, Teil 4. Okay. Oh, oh lol. Das geht noch weiter runter. Wir müssen uns vielleicht aufpassen, dass unsere Sportpunkte nicht weggehen. Ein Ledersofa. Ja, natürlich. Ich habe ja erst zwei, drei... Ah, da. Guck mal. Nehmen wir doch das da. Dafür müssen wir einfach nur in diese Richtung. Wir müssen auch nicht sonderlich hochbauen. Hoffe ich. Lapp, lapp. Yes. Nö, warum... Hallo. Hä? Wo ist der denn jetzt? Habe ich das schon gekriegt? Lol. Oh Gott, wie viel hier auf einmal ist. Ja, weil ich natürlich vom Rand wieder weg bin, ne? Ich habe eine Daten des gefunden. Theorie der strukturellen Dimension. Alles klar. Jetzt nehmen wir noch ein Lernmaterial. Da waren auch jetzt sau viele Sachen. Nehmen wir mal das hier. Aber das wird ja wahrscheinlich auch unser letztes sein. Wenn wir uns die Sportpunkte ausgehen. Wenn wir das überhaupt schaffen. Naja doch, das kriegen wir hin. Ich muss dann auf die Map und 4, quasi, ne? Alte Teile und Datendisk. So, einmal auf die Map und so. Da, wenn ich öfter spiele, dann kann ich mir auch Steuerung merken. Oh, es ist schon ein bisschen spät. Na, haha. Ah, nee, 21 Uhr. Oh Gott, 21 Uhr. Ich dachte gerade 1.36 Uhr. Ich habe die zwei nicht gesehen. Da, ich dachte schon, oi, oi, oi. Aber es geht noch. Oh, Doc, Doc, mit dir will ich anwandeln, ne? Unterhalten. Hast du etwas über den Dieb gehört? Die ganze Stadt spricht darüber. Wir sollten alle vorsichtiger sein und nichts herumliegen lassen. Kann ich dich auch beschenken? Habe ich nicht irgendwas Schönes hier? Da. Das sieht nicht schlecht aus. Oh, Beziehung plus 1 nur. Wow. Hallo, Ginger. Das ist doch irgendwie gemein, dass die rothaarige Ginger heißt, oder? Du musst ein Neu-Handwerker sein. So schön, dich mal kennenzulernen. Ich bin Ginger. Ich hoffe, es gefällt dir in unserer kleinen Stadt. Ich wusste gar nicht, dass ich die noch nie getroffen habe. Jetzt ist mir deswegen der Name noch nie aufgefallen. Okay, wir haben hier schon ein paar Bretter. Fünf Stück. So, jetzt sind es 15 Stück. Status überprüfen. 14 Stunden noch. Sehr schön. So. Ich gehe mal alles durch. Irgendwas wird bestimmt reinpassen. Kann ich das eigentlich nicht? Nee. Okay, dann brauche ich Rohstoffe. So. Dann Samen-Dünger-Essen. Ja gut, bei Essen kann ich nichts reinpacken. Oh, lol. Doch, das hatte ich schon mal. Oder hatte ich noch nicht. Thank you. I do the gum. Aber dann kann ich eigentlich gleich dafür sorgen, dass ich die 2000 Golds habe. Weil dann kann ich das wieder so verkaufen. Entschuldigung. So, die waren hier nämlich um die... Da. Furniture. Nein, ich kann das nur da dann verkaufen. Oh, wie blöd ist das denn? Oh Mann, ey. Na gut. Aber ich kann noch... Stimmt. Ich habe noch... Na? So. Ich kann ja hier noch einen... Skill verteilen. Verbrauch von Durchhaltevermögen. Was haben wir hier? Verbrauch von Durchhaltevermögen beim Sprinten. Achso, anwenden. Achso, kann ich nicht. Hä? Aber ich bin doch gerade... Oder habe ich den jetzt gerade... Egal. Ne, ich bin gerade raus. Oh lol, ich kann Hüte aufsetzen. Dann wird mein Inventar mal kleiner. Äh, leerer. So. Was macht eigentlich der magische Ring? Verteidigung plus 6. Ist auch nicht schlecht. Ansonsten kann ich hier nichts machen, ne? Kann man eine Schleuder ausrüsten? Null. Angriff plus 10. Hä? Vaszinierend. Okay. Dann haben wir jetzt einen Hut. Das ist kein hübscher Hut, aber es ist mein Hut. Darauf kommt es an. So. Aber dann haben wir so gesehen, heute nichts mehr zu tun. Und auch die Folge würde ich damit beenden. Äh, ich hoffe sehr darauf, dass ich bald wieder Zeit habe, für länger aufzunehmen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Tag 22. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.